wie vor einigen tagen angekündigt wird ja bald bzw im april ein neuer kurs beginnen anfänger für diejenigen die aber noch nicht ganz also beziehungsweise nicht ganz neu sind und möglicherweise schon teil a von buch eins gelernt haben besteht aktuell die möglichkeit dass sie quer einsteigen in ein von zwei bestehenden kursen die vor kurzem teil a von buch eins abgeschlossen haben also die ersten acht kapitel endend mit dem kapitel amal die arbeit und weitergehen wird es mit diesem kapitel hier das einkaufen das ist das neunte kapitel von buch eins teil b b hat auch noch mal acht kapitel insgesamt das heißt die gesamtanzahl der kapitel für buch eins ist 16 es besteht also die möglichkeit hier einzusteigen steigen und wenn man sich unsicher ist kann man auch einen einen kleinen test machen anhand dieses tests kann man dann ausmachen ob dieses buch für den schüler geeignet ist oder ob er lieber ganz von vorne beginnen sollte mit dem teil 1 als falls interesse besteht könnt ihr uns anschreiben und kontaktieren über die verschiedenen kanäle ebay e mail und telegram facebook und instagram ja assalamualaikum